Das war echt nicht so toll. Okay, das war wegen der Laiche. Oh Gott. Okay, ich darf sie nicht mehr erschießen. Ich darf nicht töten. Ich darf nicht töten. Sagte sich der Serienmörder immer wieder. Okay, gut. Wir gehen hier hin. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bi. Die Nummer noch? Ja, sind drin. Und IREX Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Das ist eigentlich eine klugige Idee. Oi, was wenn die aus dem Haus kommen? Jo, Achtung. Big B im Anmarsch. Was geht? Was geht? Wie ist? Kann ich mal zu Little Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann. Hast du und gern? Ja. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck. Ich hab was interessantes für dich. Vertraue mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, Bi. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir sehen. Wir sind immer noch nah genug dran. Wir warten erstmal jetzt. Okay, shit. Verdammt, was geht ab? Nichts, Bi. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber perfekt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Irak anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingeladen habt? Ist aber keiner rein, Bi. Die ganze Cruise draußen ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Okay. Okay, brich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, Bi. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Irak nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Irak? Im Ernst? Irak ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, dass es es wert. Das ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey, hey. Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich nicht. Ich bin kein scheiß Spitzel. Wir... Ich kann mich nicht bewegen. Rabbits in Irak beklaut. Wenn ihr das fein seht, knallt ihn ab. Dann rauswiesen. Ihr macht das. Was ist der Wett in? Ah, hier ist er. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erst mal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das klappt nicht. Okay, jetzt. Ja. Los, los. Rücken vor. Eigentlich hätte er von der anderen Seite gehen können. Dann werde ich umlegen. Los, schnell. Okay. Yes, los. Geht klar. Das nimmt kein gutes Ende. Wo soll er denn hin? Das ist doch scheiße, Mann. Okay, los. Ich will nicht sterben, Mann. Das war knapp. Ich will nicht sterben, Mann. Vielleicht kann er direkt hier hin. Vorwärts. Okay. Diesen Scheißkerl, Burg, werde ich umlegen. Los, los. Kopf runter. Das nimmt kein gutes Ende. Bewegung. Ja. Brücken vor. Die Scheiß und zick dich. Rebe, warte. Scheiße. Bring ihn zu den Bricks. Meine Jungs scheinen ihn dann aus. Ich weiß, ihr seid Freunde. Ohne eure Hilfe, schaffen wir das nicht. Tu, was ich sage, und du bist besagt. Kannst du haben. Irek will Bedbug umbringen lassen. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Hahaha, fuck you. Dieses Fußvolk bedeutet Irek nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat. Warte, er rackt nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen. Mit ihm angeben. Ich habe mich jetzt einfach mal getötet. Ich frage mich, ob das so geplant war. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Herr Main, du verstehst alles falsch. Herr Main, der wäre reingelegt worden. Hama, 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 Huuu. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist... Oh, falsch. Irgendwann sagen, hier gehen wir mal speichern. Habe ich dir nochmal einen Gefallen-Tour? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen hinter. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja. Ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. Okay. Hört sich komisch an. Ja, ja, ja. Framerate. Kommt zurück. Das sieht ja schön aus hier. Ich habe einen Fixer am Hals. Um den kümmere ich mich sofort. Euer Auftrag. Ich will ja euer Auftrag. Was ist denn hier los? Immer mehr Truck? Mein Bruder, der Lieferung ist für den Schluss. Ich komme, er hat die Arbeit mit ihm. Scheiße. Scheiße. Fuck. Fuck. Ist echt die Frage, wo der ist. Ich suche noch jemanden, der außerhalb der Zone ist. Knapp. Ich suche noch jemanden. Shit. Fuck. Das war gut. Schnell und sauber. Ganz ehrlich, den hab ich da gar nicht gefunden. Okay. Na gut. Das hat er echt gut gemacht ey. Respekt. So, jetzt müsste es nachts sein. Ja und damit verabschiede ich mich auch schon für heute. Ich muss das Ganze noch schnell hochladen und deshalb sag ich jetzt bis dann. Ja. 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 Ja.